Hier ist gerade unser doppelwandiger Heizelbehälter mit der Metalleinkapselung, unser DWT Plus 3, das Vorzeigebild. Er ist gerade in der Renovierung dort einzusetzen, wo ich kleine Keller habe, wo ich schmale Eingangstüren habe und auch die Höhe nicht besitze. Und ich denke, jeder, der sich mit einer neuen Ölbrennwertherme auseinandersetzt, der hat auch in Zukunft durch die Wirtschaftlichkeit weniger Lagerraum, die er benötigt. Und man sieht deutlich, dass auch somit durch die Erneuerung der Heizelanlage mehr Lagerfläche im Keller geschaffen werden kann. Wir haben bei den Doppelwandtanks die Größen 750 Liter, 1000 Liter und 1500 Liter. Die Behälter sind komplett eingeschlossen durch unser Stil-Meldverfahren, eingekapselt, sind komplett abgedichtet durch die verzinkte Umwandlung. Die Größen sind 750, 1000 Liter und 1500 Liter und passen somit in jeden Kellerraum. Der Stand der Technik sind heute nun mal doppelwandige Behälter. Unser Premium-Tank wird ergänzt durch die Kunststoff-Wannentank-Lösung, die auch ohne Auffangwanne möglich ist. Die führen wir in den Größen 750 Liter, 1000 Liter und 1500 Liter. Wir können nur alle diejenigen, die sich mit einer modernen neuen Heizelanlage beschäftigen, auch darum bitten, die Sicherheitsaspekte bei der Öllagerung zu beachten. Und dafür hat Rot das richtige Produktprogramm.